Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy 10 Part 20 und... Weiter geht's. Das ist Luca. The opening Tournament of the season. This event is sponsored by Yemen. And this year we celebrate base for Micah's 50th year in office. Ah, over there. The ships carrying the players are arriving now. We go. This will be dock number 2. All the way from Killiga, it's the Killiga Beasts! High Summoner Oh Holland used to play for them. A big name to live up to. Their hometown was recently attacked by Sin. Isn't that right, Gemma? Yes, Baba. They're gonna be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well, well, well. If it isn't, the Besaid Orochs. They're living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. That's right. In 23 years, they've never made it past the first run. 23 years. Only a few die-hard fans are in the audience today. Best of luck to them and a safe journey back to Bisset. Right, Gemma. Right, Gemma. Moving right along, our next team is... Yes. Here they are, folks. Our very own Luca Goers. They've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team and they're back home in Luca. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it would take a miracle for them to lose today. You can say that again, Gemma. Look at the crowd, folks. Look at the crowd. Looks like all of Luca has turned out to cheer the Goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luca Goers are number one. It's like this every year, yeah? Don't let it party up. Ja, das wäre eine gute Strategie. Und jetzt macht er natürlich eine un... Gute Sache. Wo hatte das Mikko vorhin her? Wo hatte das her? Du bist einer, Tidus. Ich weiß nicht, was du da machst. Wir waren sicher. Wir waren in der Sphäre. Wir waren. Maester Micah ist hier. Schon? Der Nummer 3, Don. Was ist jetzt passiert? Maester Micah ist gekommen. Das ist was. Maester? 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 Maester Micah ist der Liedler der ganzen Menschen von Spira. Er hat überall aus Bavel gekommen. Der Tournament ist zu erheben, um seinen 50 Jahren als Maester zu erheben. 50 Jahre? Wollt ihr nicht jetzt, äh, vertreten? Hey, mind your mouth now. Ja, das sollten wir hingehen. Aber sind hier Kisten? Hier sind sicherlich Kisten. Und die will ich haben. Anscheinend nicht hier. Ich muss, glaube ich, die ganzen Peers absuchen. Hm. Hm. Auf welchem Pier sind wir eigentlich gewesen? Auf... Ach, so stand auf Pier 2. Also hier hin. Dieses Schiff ist aber groß. Hm. Hm. Can't see a thing. Shh. Leise. Und da kommt er. Nein, das ist ja nicht gewesen. Das aber auch nicht. Oder? Oh, hallo. Das ist ein Guado, oder? Wer könnte es sein? Ist das... Maester Seymour? Ja, Seymour. Seymour. Der ist ab. Der scheint richtig alt zu sein. Leute von Spirit, ich bedanke mich für eure herzlichen Willkommen. Seymour, Maester Seymour. Und all of you as well. I present to you... The son of Maester Giskel Guado, who departed for the far plane of Fortnite powers. As some of you already know, he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. Heißt ein großes Amt. In life, my father Giskel worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. Hm. You too, bow your head. You too, bow your head. Und ihr Blick, und sein Blick fällt gleich auf Yuna. Ja. Nein. Das wirklich teilt dich auf, ja? Alright, letzte Gespräch vor dem Spiel. Oh, überfreichen wir den Spielplan. Bis hierher speichern? Ja. Speichern. Kurz vor Luca. Jetzt in Luca. Hmm. Nur schade, dass ich den Jack-Special letztlich habe. Was ist denn jetzt los? Na, gegen wen müssen wir kämpfen? Wow! Haha, Bitspull-Lernprogramm. Muss ich das überhaupt? Beklären. Nein. Das muss ich nicht. Das würde so lange dauern. Oh, Tito ist mal wieder langweilig. Oh, Tito ist es. Einige sagen, dass Sie Sir Orin in einem Café sehen. Oh, Orin? Ja, Sir Orin. Lass uns ihn finden. Hey! Hey, 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 hey! Das Spiel beginnt wirklich schnell. Ja. Wer soll schnell zurückkommen? Hey, ich werde zurück. Ja, okay. Okay. Wie ich das Spiel kenne. Hey, Waka. Du bist stark, Mann. Nein, nein, nicht dein Gesicht. Warte einfach raus, relax. Okay. So. Warte einfach. Ja. 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 Vielleicht können wir jetzt einen Serjekt finden. Hä? Wie? Warte einfach raus. Warte jetzt. Sir Orin war auch mein Vater. Also, er könnte wissen, wo Herr Serjekt ist. Das ist es. Dann gehen wir jetzt. Es wurde mir nur Kokonfeder. Es hieß mir gar nicht, dass das Orin, die Yuno sprechen wollte. Und der, der ich von Zanarkin weiß, könnte zwei verschiedene Leute sein. Ich weiß nicht warum, aber wusste, ich weiß, dass es der gleiche Mann war. Ich wusste, es war die gleiche Orin. Hey! Albed Sykes, oder? Ich hab's nicht verstanden. Albed saved me the other day, und... This girl Riku gave me food, and... Uh, heh, you don't understand me, do you? Uh... Uh, anyway... If you meet Riku, tell her thanks for me. Oh, and as for the first game, may the best team win. Hm, 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 hm. Die vier haben mir bestimmt nichts gutes Schilder. Wo bin ich hier jetzt? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Äh, wo war noch... Äh... Ich guck, ich muss gerade gucken, wo... Hier war irgendwo eine Marke. Oder ein Siegel. Hm, von Wacker. Ach, irgendwo ein unkleider Raum. Da kann ich aber später noch hin. Und weiter geht's. Oh. Und wieder im Mittelpunkt. Heh. Wird besser praktisch. Ich bin sorry. Bitte lasst mich durch. Hey, lass uns gehen. Hey, 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 hey. Kamera. Du bist wirklich bekannt. Haha. I hope we don't get separated. Yuna! Ah? Huh? Hm? Was war das? Hahaha! In Xanarkin? Wir machen das, dass du Blitz-spieler bist. Ja. Du versuchst es auch. Lass deine Finger in deinem Mund, wie das. Wie... Das? Nein, nicht wie das. Das. Ja. Das funktioniert nicht. Praktisch! Okay. Hey, benutze das, wenn wir separiert werden. Dann... Ich komme zu laufen, okay? Hm. Na ja. Ich glaube, wir sollten dann zusammenbleiben. Bis du es kannst. Ja, sicher. Wir müssen hier hin. Oh, das ist wohl der Marktplatz. Wow! Das ist eine ziemlich große Stadt. Luca ist die 2. größte Stadt in Spira. Ich dachte, dass jeder Stadt klein war. Wie Besaid und Kilika. Die Stadt nicht immer größer als das. Weil, wenn viele Leute zusammenbinden. Zinn? Hm. Was für Luca? Es ist sicher hier? Es ist nicht anders. Aber das Stadium ist hier. Die Crusader kämpfen, um es zu retten. Mit all ihrer Kraft. Das Stadium ist hier. Die Crusader kämpfen, um es zu retten. Mit all ihrer Kraft. Die Crusader kämpfen, um es zu retten. Oh. 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 Don't you ever get dizzy? Let's go find Sir Oren!